Endlich schaffe ich es, die G4 dir auch mal vorzustellen. Die hing jetzt seit wirklich wochenlang bei mir an der Tür und viele, viele vor, aber auch Nachteile, die ich dir heute hier präsentieren werde. Wenn du kein Marketing-Blabla haben möchtest, sondern hier Fakten und zwar Knallharte, dann bist du genau hier richtig auf dem Kanal. Deswegen freue ich mich über ein Abo und die Glocke. Nicht vergessen am Ende des Videos ein Däumchen, wenn dir das gefallen hat. Moin Moin, mein Name ist Jörg und schön, dass du da bist. Kurz zum Lieferumfang. Türklingel mit Klebefolie hinten, eine 20 Grad schräge Befestigungsplatte mit Klebefolie, dann USB-C-Kabel, Schraubendreher und natürlich eine Anleitung, nur kurz allerdings wirklich über die Einrichtung. Und dann haben wir hier noch einen Lautsprecher, welcher quasi als Gehirn des Ganzen fungiert, was vor, aber auch Nachteile bringt und mehr dazu gleich. Was bietet die Kamera? Na ja, 1080p der Möglichkeit, das Ganze nur über 6 AA Batterien zu speisen. Ja und damit halt auch die Möglichkeit, es überall hin zu platzieren. Eben auch fast schon einzigartig, aber natürlich trotzdem die Möglichkeit, das Ganze auch mit Spannung deiner vorhergehenden Klingel zu nutzen. Entweder dann über 12 bis 24 Volt AC oder 8 bis 24 Volt DC. Ach ja, und eine lokale Speicherung ohne Cloud, aber auch leider ohne effizienten H.265-Codec, über eine bis zu 512 GB MicroSD-Karte, die im Lautsprecher platziert wird. Schon mal vormerken, das wird gleich wichtig. Ja, durch HomeKit Secure Video wird natürlich diese Kamera hauptsächlich unter Apple-Nutzern viele, viele Freunde finden. Davon gehe ich mal aus. Die Einrichtung selbst war eigentlich auch wirklich gar kein Problem. Es sei denn, du hast IPv6 irgendwie mit am Start. Bei mir ist das so, OpenSense sagt erstmal, ja, nimm erstmal IPv6, wenn verfügbar. Damit hatte ich ein Problem. Weiß nicht, an was es liegt, an meiner Firewall-Einstellung, an mir oder vielleicht auch an der Implementierung IPv6. Denn die Kamera wird später ja auch Matter unterstützen und vielleicht ist das eben noch nicht 100%. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Auf jeden Fall IPv4 genommen und schon ging das eben relativ smooth. Also gar kein Problem, die Einrichtung innerhalb von ein paar Minuten, wie üblich. Und das Ganze natürlich dann auch mit HomeKit Secure. So, und da kommen wir gleich dazu, wie macht man die Einrichtung? Ja, über dieses Gerät, das ist der Lautsprecher und ich sagte vorhin das Gehirn. Gehirn deshalb, weil du damit nicht nur einrichtest, sondern auch hier die SD-Karte entsprechend reinkommt. Lokal speichern möglich. Und die Kommunikation eben zwischen den zwei Geräten dann abläuft. Und da gibt es halt auch eine Besonderheit, wenn wir jetzt zur Installation des Gerätes selber kommen. 1,5 Meter hat ja vorhin schon da gestanden. Das heißt, die musst du relativ weit oben platzieren. Ja, ist deine Klingel weiter unten gewesen, hast du da natürlich ein kleines Problem, was die Platzierung betrifft. Okay, du kannst es natürlich auch mit Batterie betreiben. Ja, die drei Monate gehe ich mal von aus. Die werden auch soweit funktionieren. Bei mir ist jetzt nach drei Wochen sowas die Batterie am Ende gewesen. Das liegt aber daran, dass das Ganze bei mir bei der Terrasse installiert wurde. Und da laufen meine Kinder ständig hin und her. Ich hatte alleine gestern 264 Events. Also von dem her, denke ich mal, sollte das passen. Jetzt erwähnte ich aber vorhin auch ein Problem. Und zwar, du solltest dir das hier merken. Da stand nämlich noch was bei der Installation. Was? Genau, 5 Meter. Das könnte für den ein oder anderen problematisch werden. Die meisten Türklingeln, wie zum Beispiel von Riolink, die haben natürlich das WLAN direkt am Hauptgerät verbaut. Und hier ist es jetzt so, dass das Gerät eigentlich dann mit der Kamera kommuniziert, mit der Türklingel. Deswegen auch die 5 Meter, weil ansonsten hast du ein Problem. Und bei mir muss ich sagen, da Terrasse hat das Ganze dann nicht gereicht. Du musst das Gerät ja dann auch mit dem USB-Kabel mit Strom versorgen können. Und es sollte natürlich irgendwo so halbwegs zentral platziert werden. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, du kannst es natürlich auch irgendwo außen platzieren. Das ist natürlich machbar. Und Klingeln kannst du natürlich auch einstellen, sodass alle anderen Geräte im Haus entsprechend signalisieren. Das funktioniert nicht nur mit Apples HomeKit, sondern, wie du hier auch siehst, mit Amazons Alexa und mit Google Nest Geräten. Das heißt, mit allen drei ist das soweit funktionabel. Das ist schon mal eine schöne Sache. Klingeln wir mal ganz kurz hier. Tja, du hast es gehört. Auch mit Sprachansage funktioniert es soweit. Und natürlich auch im Moment hier die Uhr, die das direkt macht. Und das geht wirklich, wirklich fix, muss ich sagen. Also da kann ich schon mal ein Däumchen nach oben geben. Das ist wirklich eine der schnellsten Türklingeln, die ich kenne. Du kannst natürlich theoretisch auch hier bei deinen Alexas oder bei Google Nest das Ganze abspielen. Versuchen wir mal. Alexa, zeige G4. So, schauen wir mal. E4 reagiert gerade nicht. Genau. So ist das Problem und das habe ich leider öfter. Das heißt, das Abspielen hier bei beiden habe ich öfter dieses Problem, aber es funktioniert auch. Und es liegt auch nicht am Batteriebetrieb oder eben, wenn du das Ganze fest angeschlossen hast. Also das ist auch egal. Im Moment habe ich es nämlich tatsächlich hier mit 12 Volt verdrahtet. Das ist leider ein bisschen schade. Also wirklich hauptsächlich im Moment dann auch für Apples HomeKit. Also solltest du da das wollen, im Moment abzuspielen mit diesen Geräten. Kann ich leider nicht empfehlen. So, wie schaut es aus mit der Qualität der Videos und der Doorbell insgesamt? Ich kann nicht klagen, was 1080p betrifft. Und wenn ich das Ganze hier über Apple anschaue, da ist die Qualität soweit absolut in Ordnung. Die geht soweit okay. Wie schaut es nachts aus? Da ist das Ganze wirklich etwas anderes, muss ich gestehen. Denn, ja, ich glaube, mehr als Geister erkennt man da ehrlich gesagt nicht. Also da muss ich leider sagen, musst du Abstriche machen. Wenn ich die Reolink, die ja unten drunter war, mir da betrachte, die kann da weitaus mehr. Das ist wirklich ein bisschen schade und auch einer der weiteren Kritikpunkte dieses Gerätes. Ja, wenn du die Türklingel betätigt hast, hast du ja schon gemerkt, das ging wirklich alles super flott. Da konnte ich ja ein Däumchen vergeben. Auch die Erkennung von anderen Personen, die hat soweit auch geklappt. Hier dauert es allerdings ein Kicken länger, bis dann auch eine Meldung beim Handy kommt etc. Erkannt werden dabei Personen, die nicht erkannt werden sonst. Das heißt eben nicht über Gesichtserkennung, denn auch das funktioniert mit der Kamera. Das ist auch ein schöner Pluspunkt. Ich habe mich selber dort fotografiert und eingestellt und die Erkennung war wirklich super gut. Da kann ich nicht klagen. Personengruppen werden auch erkannt, also auch ein schönes, nettes Gimmick. Ja, nachdem man dann, ich sage mal, die Türklingel betätigt hat, kannst du dir da auch einen Sound aussuchen. Erstens mal hier selber. Dann kannst du aber auch eine Ansage machen. Und jetzt kommen wir wieder im Bereich lustigen Gimmicks. Da kannst du eine Roboterstimme dann machen, wenn du entsprechend dann kommunizierst mit zum Beispiel deinem Paketzusteller etc. Ja, aber das ist natürlich eigentlich nicht zu gebrauchen, sondern eigentlich nur Gimmickfeatures. Ansonsten funktioniert die Zwei-Wege-Audiogeschichte auch ganz gut. Und du kannst dort auch einen individuellen Sound hinterlegen, der dann da abgespielt werden kann. Also auch das ist schön. Du kannst natürlich weiterhin dort auch Sachen einstellen, wie eine Erkennung, sollen nur zu gewissen Tageszeiten passieren. Auch das kannst du machen. Also hier sind die Möglichkeiten doch relativ vielseitig. Ja, du kannst natürlich die Aufzeichnung auch einstellen, wenn der Infrarotsensor reagiert. Denn das ist wieder eine Besonderheit, die hier dann verbaut ist. Du hast zusätzlich einen Infrarotsensor und das ist cool, um eben, ja, ich sag mal, Fehlalarme schon wieder weitgehend auszuschließen. Das heißt, du hast einmal AI, die künstliche Intelligenz, die eben versucht, die Person zu identifizieren. Aber natürlich dann zusätzlich nochmal Infrarot. Das heißt natürlich die Körperstrahlung. Wenn da nichts da ist, löst es dann auch entsprechend nicht aus. Also auch dafür schon mal ein Däumchen nach oben. Du kannst natürlich auch hergehen, bestimmen, zu welchen Zeiten entsprechend gespeichert wird. Oder aber auch sagen, es soll eben fortlaufend gespeichert werden. Du kannst ja auch große MicroSD-Karten dort hineintun. Und dann wird später einfach überschrieben. Auch eine schöne Sache dort. Und die gibt es so eigentlich auch nicht sehr oft. Du kannst dort noch eine Funktion nutzen und kannst sagen, speichere mir das Ganze von dort eben auf ein NAS. Das heißt Network Attached Storage, wie zum Beispiel Synology. Ja, auf jeden Fall auch eine schöne Sache, finde ich. So, letztes Kapitel würde ich sagen, Smart Home. Wie schaut es da aus? Naja, du hast natürlich die Möglichkeit, über Apples HomeKit und Automatisierung so ein kleines bisschen was zu bewerkstelligen. Ganz am Anfang hast du es gesehen. Da hat er mir irgendwie vorgeschlagen, diverse Relays schalten zu können. Also, da ist natürlich was möglich. Aber wie schaut es aus, wenn du es zum Beispiel in Home Assistant reinkriegen willst? Ja und nein. Also, es gibt natürlich kein RTSP-Stream oder sowas. Also, das kannst du dir definitiv schon mal abschminken. Wenn du sowas möchtest, dann brauchst du eine andere Doorbell wie die RioLink beispielsweise. Was du machen kannst, das Ganze natürlich über die Home Assistant eigene Möglichkeit der Apple-Inkludierung, das Ganze zu machen. Das funktioniert sogar eingeschränkt und du kriegst einige Werte mit. Allerdings kann ich dir das wirklich nicht ans Herz legen. Also, ja, lass es am besten bleiben. Meine Empfehlung diesbezüglich. Und genau deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem Fazit. Also, suchst du eine HomeKit Secure Kamera, die wirklich schnell reagiert, die du super einstellen kannst, wo du ja HomeKit Automatisierung machen kannst, mit der Acara App jede Menge anfangen kannst und natürlich auch Acara Sachen dann steuern. Dann kann ich dir die wirklich ans Herz legen. Sie ist super schnell. Sie kann eben mit den Batterien flexibel überall hinten montiert werden. Nicht so schön ist natürlich, dass du 1,5 Meter in der Höhe brauchst. Solltest du berücksichtigen. Weil ansonsten ja das Gesicht schlichtweg nicht erkannt wird, wenn du direkt vorne dran stehst. Das ist natürlich wirklich uncool. Ja, und wie schaut es nochmal mit den Bildern aus? Die waren auch soweit okay. Nachtansicht, die war natürlich reichlich so. La, la, la. Auch da gibt es Besseres. Also, insgesamt gesehen mit den Vor- und den Nachteilen muss ich sagen, ist das wirklich eine schöne Kamera, solange du sie im Apple-Universum einsetzt. Und wie Anfang gesagt, hier wird sie, glaube ich, sehr, sehr viele Freunde finden. Ja, wenn du sie natürlich hier entweder mit Amazons oder Googles Geräte nutzen willst, schlagst du ja im Moment aus dem Kopf. Auch das ist ja leider nicht ganz so funktionabel. So, hast du noch Fragen an mich? Dann schreib die doch mal sehr gerne unten in die Kommentare. Freue ich mich natürlich genauso über ein Däumchen. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Jörg. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.